So Freunde, willkommen zu Let's Play, Punktmotsmarkt, Nustre Change ähm, beim letzten Mal hausgeboten, wohin sich die Magma verpisst hat und die Aqua so, oh, was will, Entschuldigung mehr oder minder hätte da so gesagt yeah, man, wir helfen euch, weil wir sind cool und danach hab ich jetzt mal meine Punktmotsmarkt hier ordentlich trainiert und Freunde, das hat 1 Stunde 20 gedauert, das Video auf 40 Minuten, äh untergeputzt und die Normalaufnahme war es selbst mit Speed-Taste also 5x Geschwindigkeit, also, ja naja, naja, wir müssen das jetzt mal kurz zeigen erstmal die vierte, die auf der Box sind äh, das wären hier da also, oh ja, 100 bis 26, also ich hätte definitiv am besten höher bekommen, wenn ich mal so weinen darf ist auch jetzt die Höchste, aber sollte nicht so schlimm sein ja, Wolf hier auch ein paar Level Katori und Katori habe ich stärker beigebracht, weil ich stärker und ja boah, 100% Geduldigkeit, also besser ist der Schneider ja, ja, ja oh Gott, war das eine Qual, ich hab das nicht einmal selbstständig kämpfen lassen, weil das hält ja ja nichts aus ja, Dödigkeit inzwischen ähm, dann auch hier, da, Emily auch nicht einmal selbstständig kämpfen lassen, weil die und auch ist Emily hier 21, dann hatte ich keine Lust mehr, ich hätte den Rest umfang mal so gelegentlich nachholen ja, Micha, konnte ich ihn in den Orten relativ vergessen, von daher, ja aber schon seit 24, und da ist gut genug und das war schon mal zu den Pokémon den Rest habe ich ja mit aus bestimmten Gründen erstmal hier erstmal gezeigt, also Hawk weil die ersten paar Levels echt ne Qual, weil langsam und die Viecher haben immer angegriffen und so'n Scheiß aber die spätere Levels hat er echt gut ausgehalten und die finde ich auch ordentlich ausgeteilt und hier so Sachen mit Stärke, weil eigentlich wollte ja Bodysim lernen, dass wir auch 5 Stärke und kann paralysieren, aber ich hatte vor Stärke beigebracht, war echt scheiße, ich werde es bei der Gegenheit ändern, aber das wird auch ne Weile jetzt leider so bleiben müssen es ist doof, naja, kann man nichts machen nein, halt, stopp so ah ja, und dann noch hier, Feuerwirbel, weil kann man ja eventuell gebrauchen ja, na, 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 Cari, hab psychisch drei gelernt, so typ, no, so, joa war ganz praktisch, hat auch selbstständig ne Menge gekämpft, also, joa der Trasko hat nichts Neues gelernt, aber ist 25 und braucht nur wenig Erfahrung, das hat auch sein Grundbuch Joa, ja, 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 Nabi, auch r MTV, habe ich hart Drachen gut gelernt und das ist geil, aber konnte schon im Blastplay drachen, weiß ganz gar nicht, naja Waren, яв, ja, ja,chiowen, Level 21, auch nur wenig Erfahrung, ähm und ja, perg ich ein Level trainiert, weil schon schon zum 25 reicht vollkommen aus wie so was ich jetzt kurz machen ähm so, wir geben mal hier kurzer schuld, du, die, da el immer kurz den EP-Teiler und bevor ich erstmal überhaupt weiter gehe werde ich erstmal meine Vorräte aufstocken weil das war so nervig mit diesem Notozen also erstmal wollte ich in der Hölle trainieren da habe ich ja was noch morgens vergiftet und das war nervig dann wollte ich bei Pandio und Patio trainieren und Pandios haben einfach gänzlich zu wenig gebracht und dann habe ich halt hier trainiert und ey die Sämme Notozen mit dieser beknackten dummen also das war auch nur Quatsch dumm also das Dummwesen Naturkampf die mal zu starre Spuren wurde das war so nervig und die war bloß haben immer einen eingeschiefert also das war die totale Hölle hier zu trainieren das war echt eine Qual ist wer das Video gesehen hat der würde mich jetzt hier nachvollziehen können und kein Bob und so war es erstmal hier das Überbälle wie viel darf es sein die Ohr gegen 6 ein bisschen aufgerüsten weil ist ja nicht so sehr verkehrt weil die Thames ich weiß ich wollte die Thames kaufen aber Freunde ich kriege hier so wenig Geld und da rüsse ich mich lieber essentiell aus sodass meine Pokémon nicht ins Gras beißen ja so zwei Paraheiler und Superschutz kann ich mal kurz jetzt streichen so hier gibt es natürlich auch kein Aufwecker deswegen auch immer also schlampisch schlampisch Floodode die Lieder dass die Methode kann könnte ich mal sagen die 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 drei wie der ist erster hier durch dann schließlich muss ich hier durch die Orte hierbei ich wollte eigentlich diese doch Wächsefeld da ist auch gesetzt den Weg ach so ich habe ja bei ich ja auch im Besuch behauptet Pulsanworte noch von daher Prozent weil die Flüten kann man zu einer gewissen Weise eigentlich so gebrauchen aber aufgrund von Beigemann der Gäste war das hat auch von Gott hat sich denkt aber ich hätte noch nicht sagen einfach so zu tun als ich keine Ahnung diese Halt und wissen so ein Fokus was zur Hölle um ein Schild der Strecke der Strecke hier zu breitig aus dass ihre welt ist cool und beide herkommen die lüge singen er muss auch wäre es ist der pausen machen halt um einmal kurz überlegen jetzt weiß ich wir verraten also muss ich werde pausen machen um zu überlegen auf welchen level sich die beiden entwickeln ja es war bei traks kopie verknapp als bei jörg und warum es ist 11 niedriger traksko mein freund er wurde auf wo ist relativ stark von uns der von daher aber ich glaube er will aber es wird sein soll halt auf die werte so ich wollte scheiß mehr sein jeder und los geht die die Lieder Desto Ja ich kann es mir was aufladen und der Einfach nur, wenn wir bestgerüstet hingehen zum Schlupberg Oh du weiche Kühls, deine Punkt, wo dich bla 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 Didi didi Oh meine ganzen Kabel sind mir wieder allesamt im Weg Nervig, nervig sind wir noch müde? Nein, ich möchte mich nicht ausruhen, lass mich in Ruhe Aaaaaah Ja, das wollte ich nochmal so zum Ausdruck bringen So, zerschneide das irgendwo schutzwürdig wäre gut zu wissen auch falsch leider man wird die Scheiße so dass er jetzt gleich noch durch die Karpassage seit Kürze bei Kürze ist Kürze ist nun Feuer oder für den Ort was bist du okay nur ein Feuertipps heißt das könnte sogar schon der Fritze blitzende einfach eine Verteilung unglaublich miserabel es ist einfach so 4 als morgen wird das heißt wir haben aber da wird sich jetzt nicht töten bei Kursen die warum wird so viel vorgekommen teilweise muss ich ein stund lang um Tülen der Beobachtung ist ja alle ohne Ende du hast die Idee Intensität gelernt das Geld er will die Tätigkeit zu verhalten so als so der 10 stärker als er aber bis das mal kommt man sollte das glück eines spielers kennen zum thema oder sonstigen status blablabla so wie sie schon die magma typen hier sind weg und wo das weitergehen die seiber fährt lächeln auf bist du mit jo bitte aber dankeschön die 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 schneide bitte eigentlich asche lauter verbrannte opfer so und wie sich schon um mein gott als versperrt wenn sie ja was für größer gewiss weniger leben so viel wasser pokémon wir werden weiter für mehr land sorgen und die verfehlen ja ich kalt anstatt du extrem okay pokémon interpretation fdw aber ich will drei oh mein gott das mega pfiffchen in ach ho hau hau die verwendet dieses Jahr sie versuchen alles unsere Pläne zu verhalten bitte rüten stecken voll Energie du gehst uns besser aus dem Weg wir werden das Ding zum leeren wecken zum Wohle aller rechneuer ich hätte zu wissen müssen warum klar dass du hier aufschluchst schau dir rüte an was die verdämpfte die Aqfor haben sie wollen die Kraft des Wissens und die Mäne in der Bekannten geben das wird ich kann zum Ausdruck bringen ja lass mich in Ruhe ich mag was nehmen warte wenn ich mich nicht gleiche stellen muss sie mag mal sie sind die Aqfor ich finde es total bescheuert dass sie einen Namen haben der unseren Edel wir sind die Aqfor sind die mag mal ich komme über vorgut weil sie es für so ein verwöhrende Namen verwenden okay Mist sie mag mal es uns zahlenmäßig überlegen wir können sich mit ihnen aufnehmen ja taucht sie ins feuer okay die sich hier epische duelle und so dürfen hier auch gegen ein paar sogar kämpfen ja okay wer ist in vorne nein ich Kari komm guck mal Nabi mit nach vorne und wenn das ding mehr land schafft gibt es auch mehr platz zu leben und jeder wäre glücklich wenn es mehr land gibt wäre ich ein eigenes großes haus zu bauen das würde ich dann auf der erstarrten lava bauen das ist toll für dich fragezeichen wenn ich komme aufs haben muss ich aufpassen dass er es in der liegendität gut zu haben ist auch ein guter kam auf auftritt fakt 20 das ist aber da wird auch der bedrohrlehrig springen glaube ich ich habe es keine los dass das kapiert und zu wachen das müsste eigentlich für Schaden auch sehr schön das muss er schön doch auch hören der Tag wurde immer etwas für sich haben das ist der Pferd der Munde wird reiht er 620 22 als zumal setzt wahrscheinlich ich habe über den Haar auf die Idee ist es ganz schwer zu machen mit Opfer Egeleitung und ob ich schenke hat er von habe ich daneben nein na wie bekannst du nur sehr schön die Hälfte ich bin ja auch die Seite ich bin total krank tut leid freunde das denkt dann nicht auf dem Mann was wir machen die mann wie gut sie machen wie besitzt Bitte, was sagst du? Ich habe verloren. Äh, ist die Sache, mein Freund. Mein Traum von einem großen Haus. Selbstsichtiges Wedel. Hey, Trasko entwickelt sich. Oh, yeah. Und das ist sogar sehr praktisch. Können wir definitiv gebrauchen. Wobei, jetzt ist schon... Ja, prinzipiell ist es, glaube ich, schon ausgereicht. Aber naja. Man kann ja nie wissen. Oh, yeah. Glückwunsch, der Tag wurde zu einem Volk-Censo. Oh, tenso, tenso. Mit epischen roten Augen. Oh mein Gott. Hey, Jörn, wie geht es dich auch? Ebenfalls, what the fuck? Extra du Schlawiner. Ich weiß, me so evil und so. Aber das heißt, dass Jörn erst Level 22 ist. Das heißt, erst mal jeder Niedrigste ist. Das heißt, mal sehen, was er noch alles reißen wird. Übrigens hat Jörn noch Flügeschläge gelernt. Gar nicht erwähnt. Ich hätte es manchmal... Glückwunsch, der Jörn und zu Goldbart. Ich hätte es manchmal etwas erwähnt, dass er wehen soll. Er wird auch sein, so wie Jörn, die nehmen wir mal kurz ein Item ab. Äh, lasst mich ganz gut vorne. Na, nein. Los geht's, Frau. Wobei, wenn der Kompat wäre, das echt scheiße. Äh, ja, komm. Na wie, du bist definitiv gegen... ...Infensität geschützt. So, na, na, na. Da bist du also den weiten Weg vor auf den Lars. Tja, du kommst leider zu spät. Ich habe hier mit Theorien, dass die Meteorfin bereits bei meinem Boss abgeliefert. Ah, und wie sich schon, oh mein Gott, ein Special Zeichen. Nein, wirklich, das ist ja noch dasselbe. Von Magma-Forscher, Kalle. Ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, ob es Forscher oder Vorstand heißt. Ich glaube eigentlich, es ist Magma-Forscher, weil Forscher wird eigentlich mit F geschrieben. Ich glaube, ob es ja mit 18 wie erbärmlich. Wie erbärmlich. Du hast ja keine Sachen verschwenden, weil die brauchst du noch. PAM, check off to. Mach zum Besuch und schaden. Ja, bitte, gut. Scheiße, ich drauf. Es ist eine Würde mit verbringen. Was war das denn jetzt gerade? Äh? Egal. Meine eigene Steuerung verbirgt mich. Ich glaube, wahrscheinlich schon gleich der Patient hat, wenn wir da am Markt umgekloppt haben. 1,4, 4. Nö, du, lass mal ein Abi vorne. Werde, wir hören, glaube ich, das war ganz praktisch. So, check off. Check. So, wir setzen. So, das heißt, wir lustig werden. Sehr schön, Nabi. Auf sich das Verlassen mit Freund. So, kommst du jetzt. Yes, sehr schön. Noch mal ein paar erste Werteboost. Super, super, super. Ja, ja, komm. Los, Jörn. Das auch mal ein bisschen kämpfen. Los, Jörn. Nee, nee. Oh Gott, mein Husten nervt mich. Kalle. Das fühlst du mein Abi. Opa Kalle. Nur mal so einfach so. Kann man ja erwähnen. Ich meine, die Äpfel, ich verstehe nicht. So, super, sehr, super. Leck mich tief fest und so, bitte. So, komm schon, komm schon. Yes, sehr schön, Nürn. Sehr schön, so. Das war schon mal zu dir, mein Freund. Keine Chance, keine Chance. Ach, noch ein Kommaub. Äh, das ist ein Flugzeug auf Feuer. Ein Kampf, ob er wieder irgendwas praktisch ist, um die zu setzen. Hat er denn schon, kann man auch, ob ich mal fragen darf? Ja, scheiße, bloß hören. Töte es. Wenn Identität kann es sich, was er sagt, er hat zwei Kampf aus, wie lächerlich. Es sei denn, weil er wir achten davor. Aber das ist ja der 2.20, dass ich ja einiges. So, flügt. Oh nein. Voll vergessen. Ich hab gar keine Hilfe, Alter. Kann man sich auch da gerade noch gar nicht kaufen, ne? So. Einfach von Jürn siegend. Oh nein, komm schon, Jürn. Das schaffst du. Yes, ja, wundervoll. Wow, es läuft ja mal gut. Was noch heute los? Was ist denn, wo es ist, um das Beklackte ist? So, ich spiele jetzt hier, machen wir schon, Kerle. Auch weil ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leer weckt. Das Ding, was meinst du nur? Boss, beide, ich gebe nicht hier, da geht die Meteoriten. So. Ich weiß natürlich schon, wer am Max-Punkt bescheid, weil sowas vergisst man nicht. Also, ob ich mich schon bespielt habe. Aber ich weiß nicht, was das erste ist. Und da kommt Peggy nach vorne. Die Kraft, die die Meteoriten entsteckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Stuttbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Kater ansteigen und... Wer bist du denn? Adrian hat sich über ein Kind beklagt, dass sich die Angelegenheiten von Team Aqua einmischt. Dieses Kind muss du sein. Hm. Und du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Magmas Angelegenheiten einmischen? Hör gut zu. Schon lange ist es in unserem Leben gewesen, das Land um zu wachsen und zu gedeihen. Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Es ist die Wiege eines Lebens. Daher widmen sich Team Magma den Aufgaben, die Landmasse zu vergrößern. So steht mehr Raum für Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, das im Innern dieses Berge schläft. Nun, mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann ein stohlen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns den Weg zu stellen. Ich will dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Mit epischer Boss-Battle-Musik. Die ist auf jeden Fall cool. Von Magma und Akkordstadt. Magma, Boss, Mag! Oder Mag? Nein! Also ihr seht schon, die Pumos sind uns und ebenwürdig. Möchte ich mal meinen. Ach, fuck, der sinkt ja jetzt meinen Angriff. Da war ja was. Doppelkick, das heißt, es hat sich gelohnt, mich da mitzunehmen. Scheiße, Mensch, abbruder. Oh nein, leck mich doch. Oh Gott. Ich glaube, wir würden Supertrank verwenden. Zweimal getroffen. So, war klar. Warum mache ich die Sorge, dass das ein bisschen schief gehen wird? Supertrank. Und... Mann, Trägel. Mein Deinsatz. Neffiges, neffiges, neffiges Viech. Och, ja, Mann, komm, leck mich am Sack, ey. Boah, nerviges Kackvieh. Was macht denn jetzt? Ja, Trasko kommt, warum man mit Donner will er leiten. Los, Trasko! Und was, was du jetzt sagst? Ja klar, jetzt kann ich es natürlich an. Ha! Kannst du mal sehen. So. Äh, mal voll viel drauf. Eigentlich ist es die Haut von, wo ich hätte so... Blau, aber hier bei den 20, sonst wäre sie leicht schwarz. Oder halt sehr, 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 sehr dunkel, wenn ich sogar schon grau. Naja. Wollte Trasko den Job erledigen, wenn er guter Schaden macht. Ja, müsste ausreichen. Oh, sehr schön. Ich habe wirklich nur vor ein Punkt und ein bisschen Angst, aber dafür habe ich halt Navi mitgenommen. Auch wenn Navi von seinen Attacken ja momentan eigentlich eher wenigstens reißen kann. Aber naja. So. Ich bin super eingesetzt. Äh, da schicken wir einfach mal Jör nach vorne. Ich weiß, mit Trasko wäre es ein sicherer One-Hit, aber wozu? Trasko, kommt's mal los, Jör. Superart, gut von dir, war mal Bossmarken in Kampfgeschäft. Okay, 24, aber sollte kein Schneid haben. So. Und das heißt... Ich hasse dich, mein Freund, ich hasse dich. Du neppige Scheißvieh. Ja, ich hasse dich. Ja, genau. Voll top. Hätte ich zwei Wetter haben können, aber... Aha, wozu? Nervig. So, jetzt bitte vernichte. Es ist nicht verfüllt. Das ist schön. Stirb! Hm, das kann ich auch sehen, die Hören. Oh, man, bist du nicht, wie ist das mit der Zehnte, mein Siebster, Mann. So, ist das schon mal für dich gewesen. Und da ein Kamerabt oder Kamerub, wie auch man es denn möchte. Ich hab's mal Kamerub genannt, von daher. Und da, komm, da hab ich mein Satz, weil ich glaube, dass die Katrin Identität oder wenn du so schnell bist, meine, die können sowieso alle schon mit, wie sie wollen. Und da schützt mich halt der Flugzeug vor. Warte, kann das für dich, Steinhagel? Jetzt, mal so kurz gefragt. Oh, okay, es ist auf jeden Fall der 25. Eigentlich ist es doch gar kein Scheinheil, ich glaube, es ist jetzt in Richtung 30. Ah, man weiß ja nie, was ich hier bin, ausgedacht habe. Drachenwut. Wahrscheinlich hat das nicht Glück schaden. Doch. Sehr schön, okay, gut. Es ist auf jeden Fall der 25 ist, weil es ist ein Sonderbar, weil es ist eigentlich erst auf der Welt 33 entdecken, ungefähr. Drachenwut. Und das war's mit voll. So. Sehr schön. Ich will schon mal sagen, dass Bartz dort dicht tief gewohnt. Ich mache, du Gassel, der dich besiegt. Besiegt? Oh, Entschuldigung, ich hatte den Satz nicht vergessen. 2000, nice. Genug. Ich zieh mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du die mal zu Besiegt bekommen hast. Oh, ohne Meteorität. Wir werden erst die Kugel haben. hm, 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 hm. exo ist es bald bestimmt wieder er ist an meine kooperation dann wieder gehen an ein bisschen steckt in dieser bis sie es folgt bis sie mit ihm ja das vergessen hat mich nicht so ein bisschen aus dem sie ist folgend mit so viel zu halten das vergessen gerne mal viele weil dafür kann man sich was jetzt abholen was meine Wette über Gelegenheit machen so gibt es jetzt noch irgendwas eigentlich ich denke nicht die späte Trainer aber denen widmen wir uns doch erst später weil ich glaube die Empowern würde meine Montan ziemlich in die Mangel und die Verkaufung ist da aber Kekse und wir sehen hier lauter Trainer und so ich möchte mal kurz gucken wie viel Zeit haben wir denn schon was auch wieder viel zu viel zu bleib Freunde wieder viel zu lang geworden ne von das war's der Pumas Mark nach SoCher ich wollte wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es dir nicht zu etwas untergeht bis dahin Ciao